Dafür brauche ich, äh, Schlösserknacken Stufe 2 habe ich. Das bedeutet, ich brauche, habe ich keine Dietriche mehr? Junge, wir sind denn zu doof die Leiter da hoch, oder was? Okay, äh, ich hatte es ja die letzten Folgen schon mal angesprochen. Ja, es ist ziemlich Dietriche. Wir kaufen uns einfach mal zwei, äh, weil die können ja auch kaputt gehen. Das ist mir jetzt persönlich zwar nicht passiert, aber ich habe da ja schon so ein paar, äh, ja, Vorwarnungen, sage ich mal. Okay, äh, äh, D. Kriege ich denn den Stift da rein? Hä, wie kriege ich das denn hin? Also ich meine, ich kenne das ja. Junge, setz doch da mal unten. Willst du mich denn verarschen? Junge. Der kommt nicht mal bis ganz nach unten, okay? Wir gehen noch mal raus. Nee, kann ich doch gar nicht, oder? Egal. Efe verlassen. Probier uns einfach noch mal. Ich freue mich schon, wenn ich dann den automatischen habe. Muss denn irgendeine Taste drücken oder so? Du musst den Stift festsetzen. Ja, und wie mache ich das? Ach so, linke Maustaste. Sag mir das doch gleich einer. Kriege ich den wieder nicht bis ganz nach unten. Das kann doch nicht wahr sein. Junge, ich habe das doch festgedrückt. Will ich doch wohl verarschen. Jetzt kriege ich den nicht mal mehr bis ganz nach unten. Gehen wir noch mal raus und wieder rein. Also wenn ich dann in Wirklichkeit einbrechen würde, würde ich das nicht hinbekommen. Junge, würde er mich denn eigentlich komplett verarschen? Während er sich ganz unten befindet. Ich habe doch gedrückt. Ich habe mich doch wohl alle verarschen. Ich habe doch gedrückt. Ich drücke doch die ganze Zeit. Ich kann euch ja mal kurz eine Aufnahme einblenden. Aber ich drücke halt wirklich. A-Z Favorites. So, hier ist jetzt die Aufnahme Und ich kann es euch zeigen Man drückt halt mit S hier Zackt das ganze dring runter und muss dann drücken Die linke Maustaste, also mit einem Finger bei Apple Und der nimmt das einfach nicht an Wenn er sich dann auch bis ganz unten Wenn er dann endlich auch mal bis ganz unten geht Soll das auch funktionieren Da geht man mit E wieder raus, mit E wieder rein Keine Ahnung, ob das jetzt gewollt ist Jetzt kriege ich den nicht mal mehr rein Ja, Erster ist drin Nein, jetzt ist der Erster wieder nach unten Okay Leute, ich probiere hier noch ein bisschen rum Ansonsten, äh, ja Sehen wir uns wieder, wenn ich es endlich geschafft habe Das darf doch nicht zu fassen sein Das sieht das nicht hin Ich bin einfach so wichtig, ich bin einfach so釣le Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen Das darf doch nicht wahr sein. Okay, Leute, ich habe es jetzt bisher immer noch nicht hinbekommen. Also, ja, entweder back das auf Apple oder ich mache es irgendwie falsch.